Warte mal, ey, Reportage, Reportage. Komm her, geh auf dich. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das ist ein Live-Bericht aus Dortmund. Es fahren alle zur Syndicate. Zumindest zum Weißen. Hunderte von Suizidgefährdeten laufen hier rum. Unfassbar, dieses Moment. Unfassbar. Glauben Sie mir das? Glauben Sie das? Überzeigen Sie es selbst. Oh Gott, was passiert denn hier? Ich sag ja, ey, Vollsperrung. Ein Suizidgefährdet, was? Einer? Ja, ich sehe Hunderte. Guck mal, der Kai. Dreck, ein Dreck mit der Oma. Ganz egal. Die meinte eben, die Motschel in der Herbstabläufe. Ah, ich glaube, der Kai weiß...